Ja, ich würde ja gerne in Frankreich leben, dort hinauswandern und in Paris wohnen. Da muss ich erst Deutsch und Geschichte lernen. Ich habe ja lange Zeit geglaubt, die Franzosen sind beim Sein marschiert, aber dann bin ich darauf gekommen, dass gar nicht so viele kommen. Vielleicht aufgrund der Erfahrungen, die sich gesammelt haben bei uns. Bruno Barth hat das, glaube ich, eh versucht, aber er ist dann kläglich bescheitert. Es kommt vielleicht jeder 20-jährige Krieg da mehr Zeit zu tun. Aber ich würde das gerne in Paris miterleben und nicht hier in Wien. Oder ich lebe weiter in Wien und habe eine Eigentumswohnung in Paris. Oder im Penthouse und fahre da alle paar Monate hin. Und dann... Ja. ... ... ... ...